Hi Freunde und herzlich willkommen hier zurück beim Team of the Season Swap Token Tracker. Heute haben wir Token Nummer 19 von 25 für euch am Start und ihr seht es, er ist in den Top-Partinen einmal versteckt. Top-Partinen insgesamt, richtig, richtig geil, ein seltenes Spieler-Pack als Kruppel am Start und in der ersten SPC, heißt Nantes gegen Saint-Étienne, da versteckt sich der Token. Es ist Miha Io, oder wie auch immer ausgesprochen wird, mit einem Jumbo-Gold-Pack, Nantes gegen Saint-Étienne. Die Partie müsst ihr auf jeden Fall machen, dann bekommt ihr schon direkt den Token und dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall die anderen drei SPCs auch noch zu machen. Sind wunderbar, vier Tradable Sets hier am Start und das fünfte, wie gesagt, 50k-Set nimmt man auf jeden Fall auf Ehre immer mit. Jetzt passend zum Team of the Season gibt es nichts Besseres und in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch auf jeden Fall mit diesem Video weiterhelfen konnte, falls ihr generell keinen Token mehr verpassen wollt, auch zu Team of the Season Swaps Nummer 2, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ein Abo hier zu lassen, das Ganze ist kostenlos und gerne in der Playlist vorbeischauen auf dem Kanal. Da habe ich euch mal alle von Token Nummer 1 bis zum letzten Token alles zusammengepackt, könnt ihr also alles nochmal nachschauen, habe ich den einen oder euren Token eigentlich mitgenommen, fehlt mir der eine oder andere, checkt das Ganze auf jeden Fall nochmal ab. Dafür habe ich die Playlist gemacht, ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen und sonst gerne rumschauen auf dem neuen Clip-Channel, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Videos einmal abcheckt, ganz frisch und neu am Start und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Clip oder bis zum nächsten Video auf dem Hauptkanal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.